Ja, geht doch am Plan. Ja, ja. Hat irgendwie was Spannendes. Das ist so ein Reiz. Ja, und vor allem, du musst halt immer noch selbst entscheiden. Ja, das stimmt. Ich habe auch schon überlegt, man kann ja... Okay, Party. Ja, geht direkt los. Wenn du im Game Pass bist, da kannst du ja auch auf Überraschmicht drücken, dann startet der irgendwas. Ist da eigentlich auch ein geiles Feature. Oh, Alter. Okay, ich fühle mich ja relativ wohl. Musst du mal weg. Ah, verdammt. Das habe ich gerade im Chat gelesen. Was war noch zuerst? Es war es gut, es ist aber noch Forza Motorsport. Ähm... Starfield. Hogwarts Legacy. Ähm... Ah, und, äh, Wreckfest. Du musst, äh, auf den Discord-Server kommen. Dass da endlich mal ein bisschen was los ist. Ist so ruhig da drin. Lasst meinen Toffeln in Ruhe. Ja, genau. Mach das. Mach das. Oh, hab dich getroffen? Alles gut, ich geh jetzt den Marker rüber. Achtung hinter dir. Genau. Erwischt. Der kleine Scheißer. Ja. Ja. Oh, ich steh. Oh, ich hab nur noch eine Spritze. Oh. Kriegt... Nein. Was ist das alles? Ja, und ich gucke nur so rum, was alles so rumliegt und so. Wo kriege ich denn, ähm, so ein Health-Pack her, so eine Spritze. Die liegen auch hier als Kisten rum. Als Kisten, okay, gut. Die sind ganz gut. Das war doch angeschlichen. Ja, komm, komm. Das kann ich auch. Ochs. Äh, äh. Hallo. Oh, ich bin leer. planetarium haben die interaktieren wie markiere ich noch gefunden hier unangenehme gäste und ob es passiert das wird einfach nicht passieren so kommen wir bitte wieder alles gut ja ich stand da gehört wir sollten mal hier zum ding laufen weißt du ja mit tab weiß ich wo ach mit tab karte ja ich hätte eigentlich noch mal das tutorial machen sollen stimme so viele dumme fragen alles gut ja nö doch ein bisschen links rum links rum das tod ist echt geil das ist geil die pistole ja ist er auch das ist ein bisschen unterschätzt würde ich mal behaupten wir müssen dann ein stückchen wieder richtung worden laufen kommen an dem backnest vorbei das sieht schon geil aus da hast du backnest okay ich nehme das linke oh das sind ein paar mehr oh das sind ganz viele warte lass mich auf die rein schmeißen airstrike jawoll klar polizont ja mhm ich werde dich wenn das ding auf rechts ziert mache ich immer links zu und nicht dahinten das in der karte freireim ich habe keine granaten mehr oh aber ich oh jetzt habe ich keine mehr schade Oh, da ist Stimmung Nein, Tontor umschießen Oh, er rett mich einfach Okay, V ist ein bisschen doof als Halfback Oh, fuck, ist hier einiges los, oder? Ja Und da hinten ist die Munition, du musst nur rankommen Ich bin dran Es gibt nämlich noch eine Spritze, wenn du rankommst Spritze Von der Schammer gezien Hier, zack Wie, Spritze? Spritze Ja, du bist ja voll momentan, dein ist gut Achso, ah ja, ja, stimmt Das siehst du? Ja, unten links, hab ich doch auch deine Lebenserzeige Okay Oh, oh Hörst du auf, hörst du auf Blöde Viecher Ja, ich bin am Nachladen Oh, dauert so lange wie im Nachladen Dann wechsel auf Sekundär Stimmt Kann man das, das werde ich gleich probieren Mit Mausrad oder ob ich 1, 2, 3 benutzen muss Verstärkung ist unterwegs Ne, du musst 1, 2, 3 benutzen Okay Okay Was hast du denn für eine Waffe? Ne Quasacker, ohne Cool Sieht nach Spaß aus Mhm Hehehe Krupp, zu das Ding In Deckung Achso, ich kann mich ja anschleichen Ich hab's schon gesehen, du mit viel Hehehe Was? Ja, ich mach's Bam Beautiful So, dann können wir unsere Festplatte wieder einsammeln Äh, die SSSD Hehehe Hehehe Öh 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 Komm nicht hoch Dann wirst du jetzt aber nicht sterben Ja Ja Öh 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 Tatsache Aller, warum geht der nicht hoch Öh Ähm, volle Wetter Öh 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 schnell 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 oh hallo das ist ja du hast so lange läuft da muss man sowieso das ist ja männliche intuition aber wir müssen zum terminal der karte ja heute mal wieder reinlaufen gucken wir mal kurz die kammerjäger rufen ah ja dann müssen wir auch nicht über den zaun klettern ich höre dinge ich habe dinge getötet ich auch der ist ja gerade vorgeplatzt habe ich umgeworfen da ist das terminal 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 terminiden alles gut was derzeit limit muss ich da auch nicht stehen bleiben oder ok Krieger, zeig mal, warum bleibt. Im... Grunde. Problem. Quatsch. So ein kleines. Tschüss! Oha. Boah, das waren 16 Kills. Wow. Geil. Oh, hier, Munition. Ist das dann? Nein, nix. Einmal Kno und Warns. 35, 36, die Dreh. Hohoho. Aber wir müssen die Antenne eindrehen. Am Terminal? Ah ja, okay. Ich bin am Terminal. Ich schaffe das. Aha. W aktivieren. Jawoll. Okay, Daten werden übertragen. Oh, okay. Komm. Los, Terminal. Los, Terminal. Ach, gescheißen. Okay. Ah. Ah. Keine Spritzen mehr. Vorderen Nachschub an, um sie aufzufüllen. Nachschub kommt. Oh, ich habe gerade am... am Nachlesen, wie es geht. Ja. Tuh. So. So, kann sich hier zwei Pakete mitnehmen. Oh, perfekt. Dann läuft man hier oben lang, machen das Backless noch weg, laufen dann rüber zum Ding. Mhm. Versuchen wir uns jetzt ein bisschen zu sputen. Jetzt kann man wieder retten. Ja. Weil wir haben ja so noch... keine Ahnung, 20 Minuten oder so. Mhm. Hm. Ah. Ich höre, was du nicht hörst. Ja, ich hör's auch. Achtung, Knallt. Ja. Ab in Deckung. Oh. Ja, Granade ist drin. Jo. Ja, ich hör's nicht. Wann da noch mehr? Ja. Jaja. Das war's nicht. Jo. Ja. 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 anzeige ah ja okay besuch und aber das war nur drei kleine box nichts großes ich bin frostet alles körper jungen oben noch mitnehmen weiter geht's ok jetzt wird unsere sicht heute nicht besser das natürlich nicht verkehrt für diese sogenannten spuren stöcke keine ahnung ich kann mir vorstellen was du meinst aber da sind immer noch welche sollte das biströger sein wir haben auch kurz die WG aufgelöst ja genau räumungsklage 2.0 ja von rechts kommen welche wir laufen gerade ausschließlich das Ding erstmal durch mhm evakuierung verfügbar oh ja ok weg er ist auch drin ok gut so wie wir kommen wir nicht zurück mal gucken was ist was so karte geöffnet ja dann kann man nicht schießen nein nein habe ne bobe so auch nahkampfkirche gehen wunderbar gerade gesehen ne habe ich nicht gesehen oh komm Aber die Pistole finde ich echt gut, ne? Aua, bitte schieß mir nicht ins Kreuz, Aua. Ich versuch's. Ich höre Nachschub, Aua, zu spät, ich wurde geklaut. Auf den Park geklebt. Oh. Ah, passt, Punktlandung. Okay. Ja, wir sollten Richtung Punkt weiterlaufen. Aua. Da gebe ich dir vollkommen recht. Oh, meine Proben. Und wir werden wie deine Proben. Oh. Haben Sie beim Sterben verloren? Ja. Ja. Was ich jedes Mal. Ja, ähm. Das Punkt ist, wenn ich runterkomme, ne? Das wäre bitte mal ein. Aha. Okay. Schimm Gucksack. Ja. Jawoll. Ähm. Jetzt fühle ich mich viel besser. Okay, weg hier. Schnelle. Ganz schnelle. Ja, ja. Da geht's grad rund. Ja. 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 Da hinter dir sind. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Nein. dass er dieses Scheißgeschütz momentan backt Oh, okay Ja Hier ist ja alles am kochen Oh, Wahnsinn Von allen Seiten, ne? Ja Ich versuche zu dir zu kommen Alles gut Damn boy Wo muss ich noch hin? Darunter, okay Komm, wir rennen weiter Oh, fuck Oh, fuck Okay, ich versuche mal eben irgendwie abzuhauen, dass ich dich holen kann Scheiße, wie geht das? Oh, ne Oh, nein, nein Lass mich Oh, Alter Alter Okay, das war nichts Anfrage bestätigt Das Datum wurde losgeschickt Ja, genau Hallo, guten Morgen Tja, mehr, mehr, mehr Adlachs, gut, gut Oh, oh Lichter runter Wohin, da lang So, wie lange haben wir noch? Äh, 5 Minuten Ne, alles gut Ich würde noch mal rotzaubern Okay So, kommt noch mal hier Vorräte Oh, hier, guck mal Munition on mass Vorräte Ja, perfekt Ich will sparen können Ja So, hier Hier Kannst du auch mal den Spitzen rausziehen Oh, ja So, weil ich über einen Schritt So, gesagt, wie da haben Und die Proben, die auch verloren haben Mhm Oh, das sieht viel aus auf die Karte, ja Alter Äh, da bin ich gestorben Genau, da ist die Quasar Nicht da vorne Hatte ich noch was? Ich glaub nicht, ne? Ich hatte nichts Du, das magst du mal noch den Schildrucksack, glaub ich Äh, hier scheint das zu sein Ich lauf mal hin Und wir kriegen Gesellschaft von hinten Ja, werde ich weglaufen Ja, werde ich weglaufen Dann soll ich mich hinlaufen Äh, wo ich bin Aber ich hab glaube Ui Das hat gerummst Die ignorieren uns Und wir laufen jetzt einfach straight Richtung EVEX Zone Okay Let's card checken Ah, ja Bisschen links Hinterm Berg Das geschützt der blinden Rücken Ja Sehr geil Ah, ja Jetzt ist es sogar auf dem Kompass Ja, ich hab's äh, markiert gerade Ah Wenn du Tab drückst und mit rechter Maustaste kannst du da Dinge markieren Okay Oh nein, ich häng Ah, jetzt geht's Oh, da hinten kommt was Großes auf den Zug Los, weg hier Oh, wow, wow Groß und rot Ich glaub, das ist nicht gut Alles gut Groß und grau Wär schlimmer Okay Na, das sieht doch hier ganz vernünftig aus Oh, erst Wenn die Viecher nicht auch schon rumlohren würden Die blöde Ja, ja, genau Vordere Evakuierung an Dann fordern wir an Ich geh da drüben nochmal so ein Netz zumachen Alles klar Ich geh da noch eine Quasar hin Falls irgendwas dickes kommt Gedrückt halten Drauf ziehen Und dann Kommt der Impuls Die überlöst sich dann Aha Da musst du im Moment warten Bis die wieder geladen ist Okay Dann kommst du da als D-minus-1-minute-30-sekunden Ah, ruf noch doch nicht zu Ich bin ein bisschen überrascht Oh, fuck Oh, kommt ein Sicker Oh Und da Okay Testen wir mal Oh, ich bin einfach nur weggerannt Ich hab nicht so drauf geachtet, wohin Oh, oh, fuck Ah, genau Und du gehst mir das Ich geh mal auf den Pist Denkt mal rein Schmutz in den Kollegen Oh, ja Gute Idee Boah, der hat mich eingekesselt Weg hier Gleich steffert es von oben Mhm Achtung hinter dir Oh, oh, oh Boah Oh, lass mich, lass mich durch Lass mich durch Oh, jetzt hab ich schon Ey, das geht noch voll auf die Nüsse Andauernd gehe ich aus dem Bildschirm raus Hier Hast du, äh, Fenstermodus voll dort, kann das sein? Ja, muss ich Sonst wird das nicht übertragen Im, äh, im OBS Scheiße ? Da istb mal Untertitelung des ZDF, 2020